Es ist soweit. Wir überraschen die dritte Supermami im Leo-Eisland. Lisi arbeitet hier noch fleissig, scheint es. Wir gehen mal schauen, ob sie rum ist. Die Tochter, Julia, hat uns den Auftrag gegeben. Wir sind gespannt, ob die Überraschung verhält. Wir machen nochmals einen auf Happy Day, Frau Bicola. Kommen wir mit. Grüß dich. Grüß dich. Besuch ein Lisi. Ja, das ist schon ein bisschen gut. So, reichen wir noch mehr. Ja, nein. Nein. Was gibt das? Ich habe mir auch eins. Ja, das habe ich gerade. Ich bin der Simon, da geht es richtig. Komm zusammen. Komm zusammen. und bin so nervös, aber. Ja, die sind alle. Ja, die sind auch in Kamera. Nein, ich habe jetzt auch. Lisi, hör jetzt. Ich habe dir ein Blümchen. Ein wunderschönes Blümchen. Du darfst es gleich mal entgegennehmen. So, jawohl. Und ein kleiner Socken. Das hättest du auch ganz gerne. Das darfst du auch ganz gerne entgegennehmen. Und jetzt ist es eine Überraschung, die dank Neo1 möglich wurde. Und jemand hat diesen Auftrag gegeben. Wer hat diesen Auftrag gegeben? Kannst du dir vorstellen, wer? Ja, vielleicht mein Mann. Dein Mann? Wird dich der überraschen? Jetzt kommt die oder etwa noch die Julia. Wer ist die Julia? Die Tochter. Wie viele Tochter hast du? Drei. Wieso möchtest du dich vielleicht überraschen? Vielleicht wegen dem Muttertag. Weiss doch nicht. Genau, das könnte noch sein. Das stimmt. Wir holen mal die Julia dazu. Die ist nämlich hier. Obwohl sie gesagt hat, sie geht heute spörteln. Ja, oder warst du das? Nein, du bist ja auch so. Du bist nicht ganz bei dran. Kommen wir doch zu mir. Nein, von dir. Wer hat sie bekommen? Das bist doch ein Leid. Ja, die Überraschung gelungen. Julia hat eben auch eine überraschende Muttertag. Sie wollen dir noch ein paar Worte mehr sagen? Ja, genau. Nein. Liebes Leidie, ich hätte schlussendmal danken dir alles, was du immer für uns machst. Ob du mit Herzblut zur Aletia und zur Leandra durchschlugen, oder wir einfach immer mit offenen Armen empfangen werden bei dir. Oder wenn es mal nicht gut geht, einfach einen guten Rat bei dir kommen. Und vor allem auch, dass ich die Lehre danke euch. Danke euch, danke euch im guten Zureden. Und das Wusste, dass ich mich auf euch verlassen kann. Dass ich die Lehre noch machen kann, die zweite Lehre, ich möchte dir tausendmal danken. Das ist absolut nicht selbstverständlich. Und nebst eben Supermami, bist du auch die beste Freundin. Nein, du bist doch... Ohlin Wonnen. Darum eh, möchte ich im Namen von uns Kinder, von allen, von der ganzen Familie, dir tausendmal danken sagen für alle. Das ist wahnsinnig. Merci vielmals. Danke vielmals. Danke vielmals. Danke vielmals.